Wo bist du denn überhaupt? Darf ich dich noch fragen? Wohin? Ja, dann wünsche ich dir eine wunderschöne Fahrt nach Innsbruck, ja? Wann kommst du denn an? Ja, wie spät ist es jetzt? Ist 11 Uhr? Nein, es ist 10 Uhr 10. Also da hast du noch 3 Stunden von dir. Also alles Gute, ja? Auf Wiedersehen. Wiederhören. Grüße. Wiederhören. Danke. Bitte nicht. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020